16.06.2024, wir befinden uns im dritten Jahr und davon Tag 113 des Ukraine-Krieges, herzlich willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Bei Nouveau-Alexander-Rivka haben die Russen einen weiteren Geländegewinn verzeichnen können, sie sind jetzt nur noch 7 Kilometer, 2 Panzerabwehrgräben, 1 Ortschaft und 2 Verteidigungslinien von der überlebenswichtigen Straße H32 entfernt, die die Ukrainer für den Nachschub der Ostfront nutzen. Vor allem in diesem Gebiet wird die Straße recht häufig genutzt und zwar um die Verbindung zwischen Kostjantin, Chassifia und eben auch weiten Teilen der Südfront aufrecht zu erhalten. Würden die Russen dies erobern, können sie sich schnell an der Front bewegen und auch weite Teile des ukrainischen Gebiets einkesseln, ohne größeren Widerstand erwarten zu können. Hier schießt eine russische Strela-10 auf eine ukrainische Überwachungsdrohne, die die Flugabwehr wahrscheinlich für einen Heimarschlag aufgeklärt hat und eben weiterhin beobachtet. Dabei fliegt die Bodenluftrakete vom Typ 9M37 dicht an der Drohne vorbei, ohne zu detonieren. Flugabwehrraketen fliegen ja normalerweise nicht in ein Ziel hinein, sondern explodieren kurz davor, damit die herumfliegenden Schrapnelle das Flugobjekt durchlöchern und auch zum Absturz bringen. Bei der noch recht alten 9M37 ist das aber meistens nicht der Fall, die besitzt sogar noch einen Aufschlagszünder, wobei sie ja auch ein kleines Flugobjekt mit einer Riesenrakete abschießen wollten. Und ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben oder ob das vielleicht in der Vergangenheit doch einmal funktioniert hat und sie es einfach noch einmal wiederholen wollten. Andererseits, wenn man in diesem Fall auch nichts anderes da hat, dann würde man natürlich schon dieses Risiko eingehen, da man so wenigstens noch einmal fliegen kann und eben dem Heimarschlag entkommen kann. Also ganz abwegig ist es nicht. Dass es nicht funktioniert, hätte ich mir aber auch schon denken können. Die Ukrainer greifen im Sektor Kharkiv bei Hlyboke an. Der Ort ist laut den meisten Karten und Geolokalisierungen nur zur Hälfte in russischer Hand. Jedoch ist die Zufahrt durch russische Marineinfanteristen gesperrt, weshalb die Versorgungslage recht schwer ist. Die Ukrainer griffen mit mehreren Fahrzeugen die Ortschaft an, konnten sie jedoch nicht befreien. Der Ort ist genau deshalb so wichtig für die Ukrainer, da bei allen anderen Ortschaften, die sich in russischer Hand befinden und hier mit gelmen Stecknadeln markiert wurden, die Zufahrtswege an der schwarz gestrichelten Straße befinden, die dann einmal quer durch Hlyboke verläuft. Das bedeutet, sie müssen diesen Ort befreien, um alle anderen Orte in diesem Bereich befreien zu können. Denn die Zufahrtswege liegen, wie gesagt, an der schwarz gestrichelten Straße und das Gebiet bei Kharkiv ist einfach topografisch so aufgebaut, dass wir recht viele Hügel haben. Wir haben ein Gewässer, welches da einmal mittendurch fließt. Man muss die Brücken ausnutzen, die man hier hat. Man muss auch irgendwie schauen, dass man nicht unbedingt jeden Kampf im Wald führt, da dieser ja meistens von den Russen gut verteidigt wird. Und irgendeinen Ausgangspunkt im besetzten Gebiet brauchen die Ukrainer auch, um von dort aus eben weitere Angriffe ausführen zu können. Bei Wovchansk sehen wir Ähnliches. Die ukrainischen Gegenangriffe gehen weiter. Man versucht, die Russen aus der Stadt zu drängen, während sie im Hinterland Verteidigungspositionen errichten. Die Russen im Ort können mit jedem Tag, an dem sie sich nicht herausdrängen lassen, einen Tag länger an ihren Gräben bauen, weshalb die Ukrainer mit jedem weiteren Tag gegen die Zeit spielen. Auf Seiten der Ukrainer sieht man hier auch sehr stark, dass sie ihre regulären Einheiten, die den Angriff der Russen bei Kharkiv abgewehrt haben, wieder zurückverlegten und sie nun gegen Einheiten aus, ich sage jetzt mal, unbedeutenderen Frontabschnitten ausgetauscht haben. Wir sehen beispielsweise, dass bei der Russische Freiwilligenkorps die Georgische Freiwilligenlegion und auch das Russische Freiwilligenkorps, die in der Stadt kämpfen und durch das 2. und 501. Bataillon der ukrainischen 36. Marineinfanteriebrigade unterstützt werden. Ferner sind dann noch das 9. Schützenbataillon, als auch die 71. Jägerbrigade vor Ort, die aber nicht im direkten Kampf bei Wovchansk eingesetzt wurden, sondern eher die Flanken decken. Die haben auch keine Fahrzeuge für den Kampf und das brauchen sie hier auch gar nicht bzw. kaum. Das sind aber auch eben die Einheiten, die an anderen Frontabschnitten nicht so dringend benötigt werden. Also bis auf die 36. Brigade, sage ich mal, sind hier keine stark hochwertigen Einheiten unterwegs. Aber scheinbar reicht es, um die Russen innerhalb der Ortschaft, wenn auch nur durch kleine Schritte, zurückzudrängen. Auf Seiten der Russen kämpfen hier hauptsächlich die Einheiten der untergeordneten Panzerregimenter der 47. Division, als auch die sagenumwobene 155. Marineinfanteriebrigade. Das ist ja die sogenannte Skandalbrigade mit einer Pechsträhne, die einfach nicht reißen mag. Da kamen auch gegen Anfang des Krieges die ganzen Videos her, in denen Offiziere die Untergebenen als Fleisch oder Schweine bezeichneten, die man wellenweise für Angriffe aufopfern kann. Bei Wulledar wurden sie ja dann schon achtmal neu aufgestellt und durch immer unerfahrenere Soldaten ersetzt. Damals war die Stammeinheit, die vor Beginn des Krieges mit dabei war, auf drei bis sieben Prozent geschrumpft, da die Verluste so hoch waren. Nun gibt es auch wieder Beschwerden bei den Angriffen bei Wovchansk, doch nicht nur von ihnen, sondern auch von dem russischen Soldaten Anton Andreev, der in der fünften Kompanie des 1009. Regiments der 11. Armee dient. Er erzählt uns in seinem Video nichts darüber, wie es aktuell bei Wovchansk läuft, sondern eher, wie es beim russischen Angriff in der ersten Nacht ablief. Er beklagt dabei, dass die Kommandanten sie immer weiter vorwärts getrieben haben, von Graben zu Graben, von Stellung zu Stellung. Ihre Schutzwesten wurden durch leichte Panzerung ausgetauscht, damit sie sich schneller bewegen konnten und agiler waren, was aber dazu führte, dass sie hohe Verluste erlitten haben. Zitat, sie zerstückelten uns einfach, wir werden bei Tageslicht unter Maschinengewehrfeuer und Drohnen in den Kampf geschickt wie Fleisch. Zitat Ende. Laut ihm sind auch nur noch zwölf von ursprünglich 100 Mann am Leben und dabei sei in der ersten Nacht schon die Hälfte gefallen. Als Ersatz für die 88 Toten haben sie dann neun Soldaten zugeteilt bekommen, die seiner Meinung nach kaum ausgebildet waren. Solche Angriffe, die vor allem hohe Verluste mit sich bringen, sind in der russischen Armee gang und gäbe. Aber genau so etwas wollte ja der neue Verteidigungsminister eigentlich unterbinden. Mir ist durchaus bewusst, dass er noch nicht lange in seinem Amt ist und auch nicht alles prüfen kann, was an der Front geschieht. Aber ich frage mich, wie lange es noch dauern wird, bis sich da etwas ändert oder ob sich überhaupt jemals etwas ändern wird. Doch da ist mir natürlich Ihre Meinung wieder wichtig, schreiben Sie es mir gerne in die Kommentare. Ich bin wie immer gespannt. Ein russisches Unternehmen aus dem Moral namens Forrest kündigt einen Bonus von etwa 170.000 Dollar bzw. 15 Millionen Rubel für denjenigen an, der die erste F-16 herunterschießen kann. Schauen wir mal, ob sie das überhaupt hinbekommen, da Russlands Pläne gegen die F-16 eher auf die Bombardierung von Flugplätzen abzielt, statt die Flieger im Flug zu zerstören. Russland machte ja ein Angebot für einen Waffenstillstand, wenn die Ukraine das besetzte Gebiet und noch etwas mehr abtritt und sich das Militär zurückzieht. Ein Waffenstillstand ist kein Friedensvertrag, verwechseln Sie das bitte nicht. Man könnte theoretisch einen Tag später wieder angreifen und dann wäre die Ukraine natürlich in einer schlechten Position, wenn sie das ganze Gebiet aufgegeben hätte, in dem sich ja auch ihre Verteidigungsanlagen befinden würden. Das Angebot einer Unterwerfung lehnte man natürlich dementsprechend auch ab und die Stimmen, vor allem in Deutschland, wurden laut, warum man denn ein Angebot von einem verhandlungsbereiten Land wie Russland ablehnen würde, das ja scheinbar den Frieden fördern möchte. Nun gibt es ein Gegenangebot aus der Ukraine, das lautet, dass die Ukraine sich sofort für Friedensverhandlungen bereit erklärt, wenn die Russen einen Truppenabzug aus der besetzten Ukraine durchführen. Also im Endeffekt genau das gleiche Angebot wie das der Russen, nur eben umgekehrt. Das war ein, meiner Meinung nach, genialer Schachzug, da man somit den Kritikern und Befürwortern zum einen das absurde Angebot der Russen vor Augen bringen kann und auch die Leute zum Schweigen bringt, die laut gerufen haben, dass Russland doch kompromissbereit wäre und die Ukraine nicht. Hier haben wir denselben Kompromiss, in Anführungszeichen. Wir haben hier dasselbe Angebot nur umgedreht. Schauen wir mal, wie viele sich jetzt für die Ukraine einsetzen werden. Ich denke, von den Leuten natürlich keiner. Zu guter Letzt noch etwas sehr Interessantes. Hier sehen wir nämlich einen Russen, der uns das neueste Transportmittel an der vordersten Front zeigt, ein Wandertraktor. Das mit an der Front hat er selbst gesagt und stammt ja nicht mal von mir. Für die zweitstärkste Armee der Welt oder eben in der Ukraine ist es wirklich sehr interessant, wie der Sand, der technische Fortschritt oder viel eher der Schutz der eigenen Soldaten über die letzten zwei Jahre gefallen ist. Was mit dem T90, BTR80 und dem BMP-3 begonnen hat, wurde nun vermehrt durch den T62, chinesische Golfkarts und Motorräder beziehungsweise Wandertraktoren ersetzt. Das bedeutet jetzt auch gar nicht das Ende der russischen Armee. Denn Russland kann mit dem aktuellen Kurs, den es gerade in diesem Krieg fährt, also im Sinne von der, ich sage jetzt mal, technischen Innovation und den Verlusten, noch mindestens zwei Jahre so weitermachen wie bisher. Doch ich frage mich, was wir dann in zwei Jahren sehen werden, wenn es aktuell nach zwei Jahren Krieg jetzt schon nach Wandertraktoren aussieht. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Lasst euch gerne ein Abo, Like oder Kommentare und bis zum nächsten Lagerbericht.